Na ihr Versager, es gibt jetzt einen neuen harter Punkt, mich aus Rufezeichen in meinem ersten Video, werde ich euch einige Dinge über mich erzählen und zeigen. Blöpfer! Ich fange mit Tanzen an, das kann ich nämlich wirklich gut. Deine Mutter stinkt nach Fisch. Los geht's! Ich bin außerdem immer freundlich. Ich bin so stark, ich kann auch Laternen verfrügeln. Ich Hilfe, wo ich nur kann. Ich habe noch nie jemanden getötet. Ich fahre auch ganz kategorisch. Ich bin echt gut darin. Oh ja, der Pfer kann's das nicht, aber ich... Manchmal gehe ich auch laufen, das macht mir auch Spaß. Aber Yoga ist immer noch am besten, da bin ich ich selbst. Ich bin doch echt richtig cool oder du spaßt. Ich habe deine Mutter bei mir im Keller gefangen, hahaha. Bad Latine, jetzt wird gekämpft, oh ja. Du Opfer denkst also, du bist besser als ich, haha, ich mach dich fertig. Haha, gewonnen, du bist ein schlechter Hatter. Ficklich? Niemand legt sich mit dem Hatter an. Manchmal bin ich extrem cool. Ich springe auch gerne von Häusern, weil ich unsterblich bin. Das ist langweilig. Hat gar nicht weh getan. Ich kann mich übrigens auch perfekt tarnen. Ich würde nie Lars mit Essen spielen. Ich habe noch nie jemanden mit Absicht verletzt. Alle auf der ganzen Welt hatten mich ganz doll lieb. Macht's gut ihr auch, weil ich mir jetzt wieder Kinder essen.